Dann spielen wir halt auch mit den Sachen, die wir wieder kriegen, wenn wir Fritter kriegen. Zu Hause, mit der ganzen Familie, mit Oma, Opa. Mit der Familie Dijan. Ganz ruhig. Wahrscheinlich wie du auch, mit einem Weihnachtsbaum. Ganz ruhig mit der Familie. Hier zusammen. Und abends ein bisschen mit den Leuten was trinken. In die Kirche gehen, was essen und dann einen schönen Abend. Mit der Familie. Mit der Familie. Mit der Familie, gemeinsam. Mit Geschwistern, Eltern. Ja. Und für dich Geschenke, oder? Ja. Aber für euch auch. Ja.